So, endlich ist es soweit, die DAZI Standalone ist rausgekommen. Und natürlich fangen wir instant zu daten. Meine Freundin weiß Bescheid, ich werde heute Nacht nicht ins Bett kommen. Die Bierchen sind auch schon offen und rangeholt. Und jetzt geht's los! Und die Pony fällt natürlich erstmal aus. Also, Logo. Welchen Server nehmen wir denn? Schon ein bisschen voller, ne? Ja, aber warte mal, ich mache mir jetzt erstmal einen Charakter. Achso, ah, ja, ja, ich habe schon. Ich habe jetzt einfach nur zügig irgendeiner erstellt. Und ich habe jetzt gar nicht so geil geguckt. Also, so 40 scheint es das Maximum zu sein, sehe ich. Ich habe, ja, 40 ist so Oberlimit. Ich denke mal, ein beiges T-Shirt und eine... Hallo? Hey, Johannes, ich bin hier. Sag nicht, das bist du direkt. Hast du eine Lampe? Nein, aber ich bin links neben dir. Ach, wie geil, Alter. Mach mal Direct Communication aus. Hallo? Nice. Ey, die gucken wir ins Inventar, weißt du das? B? G? Funktioniert alles nicht. Ich habe keine Ahnung. P, okay. Alter, gibt es doch gar nicht. Ja, okay, hinlegen ist immer noch wie gehabt. Hat man vielleicht noch kein Inventar zu Anfang? Äh, warum sollte man nicht? Mich sehr überraschend. Hast du auch so einen halb durchstammten Kreis vor dir vor? Ja, habe ich auch. Wollen wir mal langsam irgendwo hinlaufen und ein bisschen hier angucken? Da hinten scheint Häuser zu sein, ne? Äh, jo. Oh, der Kreis sieht echt nur so, naja. Das ist total fehl am Platz. Hä, ich habe doch meinen Charakter modifiziert. Warum sind jetzt beides Frauen? Stimmt, weil das noch ein Bug ist, ja eine Alpha, ne? Könnte sein. Egal. Wie kommt dann jetzt die Girl Power? Alter, die Grafik finde ich schon mal... Ja, wohl, man kann es noch nicht so, aber jetzt im Schatten... Das ist halt hart, hart, okay. Ja. Die Geräusche finde ich aber schon mal geiler. Sind da denn überhaupt Häuser, wo ich gerade gedacht habe, was da Häuser sind? Ja, ne? Hier leuchtet doch was. Schwach. Ja, lass doch einfach eine Straße suchen und der Straße entlang laufen. Da vorne ist doch schon ein Industrild. Ey, wir sind hier, glaube ich, irgendwie Starry. Äh, nicht Starry, hier. Äh, Sonichi oder so. Tscherno? Oder ist sie nur komplett überarbeitet worden? Ich habe keine Ahnung, ey. Ey, ich versuche jetzt... Ich gucke jetzt mal einmal... Was haben wir denn hier im Zombie... Steuerung gucke ich mir jetzt mal einmal an, ey. Okay, ich bin bei diesem... Ah, ey, das ist eine Tankstelle und eine Schule. Äh, ein Supermarkt. Johannes, wir haben direkt einen Supermarkt getroffen. Äh, gefunden. Ich würde aber trotzdem einmal ganz gerne wissen, wie ich... Inventar aufheben kann, also anfassen kann. Wie du ins Inventar gehst, meinst du? Ja, 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 genau. Ja, richtig. Ah, nice. Würde mich auch mal interessieren. Vom Hunger, Durst, merkst du jetzt auch nur noch irgendwie, wenn er... I feel like having a drink steht bei mir. Ja, hat er bei mir auch schon gesagt. Es scheint ein altes Daisy-Problem zu sein, dass nichts... Swornhound. Oh, super. Kein Loot ist da. Okay, äh, hast du herausgefunden, wie? Weil vielleicht startet man ja mit einer Taschenlampe, das wäre jetzt echt praktisch. Mal schauen wir da einfach mal. Konfiguration, Steuerung. Du Ordnung. Ach, warte mal, Inventory, Inventory, Ausrüstung, Tab. Ah! Tabulator. Äh, jetzt habe ich gerade irgendwas verkackt? Scheiße. Jetzt habe ich denn da... Pristine. Hände, kann ich das nicht in die Hände ziehen? Eie, ja. Schuhe? Ja, wie, 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 ich habe gerade irgendwas verschissen bei mir. Kacke. Da steht... Und Hände. Das ist gerade gedroppt? Das ist dazu. Okay. Also, das scheint schon mal verwachsen zu sein. Inventar, Hände. Turn on. Aha. Wie heißt, wo hast du die Taschenlampe, ja? In deinem Inventar? Ne, habe ich nicht. Ich habe kein Inventar. Die ist scheinbar irgendwie weggerutscht bei mir. Das ist ja scheiße. Warte mal, dann gucke ich mal auf den Boden. Aber die... Die zeigt irgendwie... Ne, ist nichts, hm? Warum zeigt die denn nicht nach vorne? Die soll nach vorne zeigen. Blöde Ding. Boah, übelst dunkel, ey. Aber warte mal, hier leuchtet irgendwas. Was ist denn das? Ich glaube, hier liegt das auf der Erde. Hier liegt was, ja. Flashlight nehmen. So blöd. Ja, möchte ich bitte nehmen. Ich habe die jetzt genommen. First Aid Kit habe ich gefunden. Immer sehr gut. Ah, nee, das hast du auch. Starter Kit. Hast du das bei dir auch oben dringend? Ach nee, warte mal, Umgebung? Da muss ich mir das reinziehen, oder wie? Ah, alles klar. Ich habe Blood Bags. IV Start Kit. Eine Bandage. Was ist das? Water Purification. Also hier, Wasser, Wasser, Sorgungs, und was ist das? Ich habe eine Spritze gefunden. Da liegt es, ne? Komm, ist da noch was drin? Ich habe jetzt eigentlich gerade ziemlich viel aufgehoben. Äh, ich kann da gar nicht drauf zugreifen. Oder wie hast du denn da drauf zugetroffen? Ja, das erschien auf einmal. Ah, im Inventar. Ah, okay. Im Inventar, da musst du das reinziehen. Guck mal, da ist glaube ich auch eine Taschenlampe. Irgendwie komme ich da nicht so wirklich dran. Kann ich das nicht irgendwie komplett rüberziehen? Kann ich es anscheinend in die Hand nehmen, oder sowas. Ja, aber ich habe das jetzt unten drin. Ich habe unten so eine 5-Slot-Leiste. Hast du die auch? Oh ja. Okay, das eine habe ich jetzt gerade scheinbar gedroppt. Witzig. Ähm. Ah, ich bin, ja, ich weiß, wo du bist. Ich bin in der Nähe von dir auf jeden Fall. Okay. Ah, sieht so aus, als wäre hier noch was. Wollen wir weiter nach Valota? In Valota würde ich auch sagen, ne? Ich fühle mich ausgelaugt. Darf man die Hauptstraße lang? Hm. Guck mal, da rechts soll man nochmal... Ja, ich bin direkt hinter dir. Ja. Okay. Ich finde die Atmosphäre, muss ich sagen, ziemlich geil irgendwie. Ja, stimmt. Ich hatte irgendwie ein paar mehr Zombies erwartet. Ja, wie gesagt, wenn halt wirklich einer gekillt wird, dann ist der weg für immer. Bis zum Server-Restart. Naja, gut, aber wer hätte die denn jetzt gekillt, ne? Ja, gut, stimmt auch wieder. Meinst du, die rennen jetzt... Ja, sollen wir die noch in die Häuser rein? Ich meine, die rennen jetzt ja nicht alle schon übelst bewaffnet mit Waffen rum, hoffe ich zumindest. Oh, das sieht nach einer Waffe aus. Wo? Da ist der Dose auf jeden Fall. Brinks oder... Ist da jetzt was? Da, ja. Ne, das ist so ein Werkzeug. Oh, Zange. Den lasse ich jetzt mal liegen, oder? Alter, hast du grad schon wieder was zu trinken genommen, du Affe? Du Ego-Ist, ey, du bist so ein Assi. Ich hab voll Durst schon die ganze Zeit. Du hast schon was getrunken. Du bist ein Arsch. Ja, zu Recht kriegst jetzt Schläge vom Zombie. Hör da mal ab, ey. Ja, ich kann nicht. Du blutest übrigens. Warte? Alter, das scheiße... Du hast... Ich hab grad bei dir Blut gesehen, ne? Komm mal her. Ja, warte mal, ne Taschenlampe. Ja, das ist ein Spieler, ey. Ah, ne, ne, warte mal. Der boxt mich. Ja! Box ihn auch. Wie geht denn das? Liege Maus, dass du du nix im Moment nennst. Leucht dir an, ich seh nix mehr. Sag mal. Ey, Arschloch, was soll der Scheiß? Box ihn. Ja, ich weiß nicht, wie kann ich denn so blöde Taschenlampe wieder ablegen? Ja, wohin? Wie? Oh Gott. Ja, sag mal, schießt er einen auf uns? Leucht den an, ich seh eh nicht mehr. Jetzt boxt er nicht, glaub ich. Mach die Taschenlampe an. Mann, ich hab die... Ich hab die Taschenlampe aus den Augen gelegt. Joa, ich bin ohnmächtig geworden. Mann, wieso kann ich nicht boxen? Ey, das sind voll viele hier. Ich bin ohnmächtig. Ich bin ohnmächtig. Mann, ich bin ohnmächtig. Mann und Mann, ich bin ohnmächtig. Was treibst du gerade? Ich habe einen roten Stick gefunden Ich hoffe den Ach Fireplace machen Den will ich auch nicht haben Sind die weg? Ich bin ohnmächtig Ich klicke irgendwo auf den Boden Und verblute Scheiße Vorm Haus Wenn du mich verbinden könntest Ja, wie viel ich verbinden könnte Wenn ich Bandagen hätte Ich hatte welche Wenn ich wüsste wie das geht Find es heraus Ich nur gerade Ja, die kloppen sich dabei immer noch Die Idioten Ja, dann lass die doch kloppen Bist du, liegst du immer oder vorm Haus? Ich lieg mal nicht Vorm Haus Ne, du liegst glaube ich im Haus Im Haus liegt auf jeden Fall eine Taschenlampe Ne, ich habe meine Taschenlampe ja gedroppt Aus zu sehen Kein Plan was die da für eine Scheiße machen Wie werde ich diese blöde Taschenlampe aus meiner Hand wieder Die Batterie aus meiner Hand wieder los Danke So kann ich boxen Ich habe Ich finde dich nicht Hattest du eine rosa Kappe auf? Ja Da habe ich dich Ich weiß, du bist verbuggt irgendwie Du läufst die ganze Zeit hin und her Ich weiß nicht Da gab es noch einen mit einer rosa Kappe Ja, wenn du immer ruhig stehen bleiben würdest Ich Bei mir Ich habe einen schwarzen Bildschirm You are unconscious Ich kann mich jetzt selbst bandagieren Jetzt bandagiere ich gerade jemanden Jetzt werde ich auch geboxt Ah, fuck off dich What's wrong with you Come on Ich habe dich, glaube ich, bandagiert Ich weiß nicht, ob ich tot bin oder nicht Aber ich bin extrem lang bewusst Ich habe nur einen schwarzen Bildschirm Auf jeden Fall boxe ich den anderen Typ jetzt gerade auch K.O. Ja, hab ihn Noch mal ein Neustart Jetzt boxe ich ihn mal eben schnell tot Ich habe gerade einen Zombie tot geboxt Was hatte der? Oh, was ist das denn? Ah, nee, ich habe sie nur umgeboxt, nicht tot Alter, hau Na, komm Okay Scheiße, jetzt blute ich selber Fuck Ach, bist du rausgegangen oder was? Ja, ich Bei mir kam ja nichts mehr War keine Sanddur oder irgendwas Ich war einfach nur bewusstlos You are unconscious Ja, dann bist du rausgegangen oder wie? Oder Neustart Neustart gemacht Alter, ich habe gerade die Schippe in die Hand genommen Alter Ich kann mit der Schippe einfach kloppen Was da ist draußen? Da haben wir noch hinter dich Hinter dich, links Komm wieder zurück Hä? Augen aufmachen Ja, da Zieh, zieh dir meine Schippe rein Wie ist das? Oh, nice Gummire Boah, ein voller geiler Rucksack Ey, er schlägt nicht zu Wieso schlägt er jetzt nicht zu? Warum willst du auch aufschlagen? Auf mit dem Quatsch Drück mal Leertaste So, jetzt schlag zu Oh, yes Wieso Leertaste? Ja, weil das doch diese Combat Mode und nicht Combat Mode ist Ach, krass Geil, Alter Wenn du einen siehst Boah, pass auf mit dem Ding Kloppen wir ihn tot mit der Schippe Dann schuppen wir ihn tot Da ist einer da hinten Wo? Echt? Da hinten ist Licht Da hinten ist Licht Wo, wo, wo? Ich sehe es nicht Laufen hinterher Da bei dem Haus Hast du gesehen? Ne Geil, ey Kloppen wir schon einen Ja, warte, warte Ja, ich sehe es, ich sehe es Ich sehe es Der läuft da vor uns, ne? Da müssen zwei da sein Ist hier Wasser? Ja, ne? Hier ist das Meer, oder? Ja, hier sind wir am Hafen Da hinten ist doch Sicher, dass das... Da habe ich hundertprozentig was gesehen Ja, da läuft doch einer Ja, er kommt direkt auf uns zu, ne? Jo Bin ich im Schlagmodus? Ich bin im Schlagmodus Okay Ich leuchte die Arena Ja, mach, mach, mach Naja, verpiss dich Er weicht aus, glaube ich Ja, wo will er hin? Das ist der einzige Weg Ne, ich komme hier nicht drüber Du bist doch schon drüber Ah, ne Das war nur gebacken Siehst du ihn noch? Der läuft da unten entlang Was? Da war der letzte Punkt, wo ich ihn gesehen habe Ah, ich kann ja nicht drüber Wichser Hat er gut gemacht Aber hier ist eine Treppe Ja, der läuft da unten entlang Aber der hat gar nichts Das ist mehr Latte First Blood Ah, nö, komm Komm, Alter Klar, Mann Gleich hier, zeig, wo der Hammer hängt Siehst du ihn noch? Soll ich ihn totkloppen? Oder nicht? Ich sehe ihn ja noch nicht mal Er läuft direkt vor mir her Hallo Hallo Bamm Na, ich habe ihn nicht erwischt Den Bastard Irgendwann muss er einmal stehen bleiben Und er ist jetzt um die Mauer rum Schütt, ich sehe ihn nicht mehr Ich sehe ihn auch nicht Der hat sich versteckt Feige Ratte Ja, lass mal weiterlaufen Okay Leuchte mal hier hin Der muss hier irgendwo noch sein Siehst du ihn? Nö Ja, ist er doch weg Ja, gut, dann Alter, hier habe ich auch scheiß FPS Ich habe gerade FPS von 12 Ja, ich bin jetzt Zwischen 13 und 23 am Springen Mal hier in den Industrial Ride Vielleicht finden wir noch eine Schuppe für dich Naja, einer sollte schon eine Taschenlampe haben Ja, auch wieder, aber Soll ich es mal hier rein? Da liegt ein Hammer Alter Ich nehme mir mal in meinen Rucksack mit rein, ja? Oh, da liegt eine Axt hinter dir Oh, oh Scheiß auf die Schippe, nimm die Axt Ähm So Guck mal, habe ich die Axt in der Hand? Oh yeah, Baby Oh Ich bin der Axtmörder Zombie, lass mal ein Zombie alle machen Wo bist du? Bist du in diese Nucke rein? Ja Ja Wir bräuchten mal Bandagen und so'n Scheiß, ne? Ja, und für mich auch ein Rucksack und so'n Quatsch Ja Bist du ins rote Haus rein? Ja Also wenn wir einen sehen mit einem Rucksack, weiß ich Bescheid Boah, hier ist noch eine Axt Oh, ich habe die Axt auf dem Rücken Jetzt gibt's auf die Fresse, Junge Bist du da mit der Helm und der Axt? Ja Ich habe gerade auf dich gedroschen, ich Idiot Ja, jetzt verpisst er sich, der Wichser Weil er merkt, wer hier der Babo ist Äh, verbinde dich mal irgendwie Ich habe keine Bandage Wir müssen ihn töten und hoffen, dass er eine Bandage dabei hat Wo ist denn der Spinner? I feel blood dropping off my body Hat sich verpisst Johannes, wir müssen schnell zum Krankenhaus Ja, ja, ja Aber hier hat sich einiges verändert, was ist denn das scheiß Krankenhaus? Was ist denn da vorne? Da vor Anni, sind Häuser Da vor uns, direkt könnte es sein Direkt vor uns, das dicke, fegige Gebäude Ich glaube, da kommt es schon Soll irgendwo was sein Könnt ihr an einem Automaten irgendwie gehen? Nein Da, da, da auf der Bank Ach nee, scheiße, sah nur so aus Mal hinzu vielleicht Hm? Jetzt auch noch hinten rein Aha Hier ist gar nichts, Alter Oh, was ist das? Gar nichts Junge, ich verblute hier gerade Vielleicht draußen? Weiß es nicht Scheiße, da auf dem Dach vielleicht Weiß es nicht Man kann auf jeden Fall aufs Dach hochklettern In einem Regal Mist Ist gar nichts Oh Gott Ich höre da schon wieder jemanden irgendwie rumschwingen Ja, hier Fax Mörder Ich bin bewusstlos Daisy Standalone Es geht ums Überleben Blut ist seltener geworden Waffen noch seltener, damit man nicht immer auf einen schießt Was ist jetzt? Man wird von jedem Vollidioten, der eine Achse von Crowbar findet, umgenietet Ich ehre mich gerade schon hier nach Leibeskräften, aber da ich blute wie ein Schwein, der noch nicht mal annähernd Ich hab auch schon You are unconscious Alter Boah, das nervt voll, dass die alle mit so einer scheiß Äxte ankommt Ohne Witz Ah, Neustart, ne? Ja Ich bin tot Oh, ich hab so eine geile Schuppe, eine Axt, einen geilen Rucksack You are dead Stop it Don't kick people if they are on the ground Stop it Stop it Boah, insane bitch Gott, ich komm mal zu dir, dann boxe ich mit Bist du da mit der Taschenlampe? Ja Du hast doch wieder so eine verrückte Bist du das da? Ja, das bist du, oder? Boxe sie um, die Alte Oh Gott, es sind zwei Ja, das sind zwei Boxe sie sich Bitch fight Lass sie kämpfen, lass sie kämpfen Ich tippe auf die mit dem blauen T-Shirt Oh ja, die hab ich auch schon richtig was verpasst Wo ist die Schlampe? Dein ist auch noch einer, ne? Lächte die an And now fight Fight Wo ist sie? Ach sie, okay Kämpfgegander da Oh, die treten gegner an Oh, böser rechter Haken Oh, blau ist zu Boden gegangen Sack, in die Nieren, 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 in die Nieren Oh, noch einen Aber heftig Schläge Heftigst Immer schön auf die Fresse, immer schön auf die Fresse Oh, die stagniert Oh, sie geht zu Boden Und sie ist am Arsch Und ich kann mir ihre scheiß Taschenlampe nehmen Und sie hat keine verfickte Taschenlampe Wieso hat die alte Schlampe keine Taschenlampe? Oh, 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 jetzt fängt er an zu rein Bist du die Bitch? Ich dachte, das weißt gar nicht du Doch, ich hab dir grad K.O. gehauen hier Dauber Was denkst du denn du mal? Sie haben uns dagegen nicht gemettet Ja, sie hat ne Taschenlampe, schön Ja, da war noch irgendwo jemand anderes Ja, würde ich sagen, First Blood geht an dich Ich kann ihre Leiche noch verstecken Mach das mal, mal gucken, wie's aussieht Das wird nicht wirklich viel Ach, scheiß drauf